Okay Leute, willkommen zurück. Wir machen hier weiter mit weiteren Leveln. Und Toadette geht an den Start. Allerdings, da es jetzt schon ein bisschen später ist, kann es sein, dass ich die wirklich langen Level, dass ich die wirklich skippe. Das muss ich mir überlegen. Und dann schauen wir, dass wir die nächsten 30 Level unter einer Stunde 30 haben. Wobei es an sich ja auch egal ist. Aber, ja. Ich denke, wir spielen jetzt nicht die allerlängsten Level. Okay, nice. So was wie hier zum Beispiel, ne. Ganz schneller, queer. Daumen hoch dafür. Jawohl. Okay, Toadette. 40 Sekunden Speedrun, das ist gut. Aber jetzt kommen die schönen Level. 12 Sekunden. 12 Sekunden wie er. Ich habe ne Idee. Hm. Okay, schade. Vielleicht ist hier doch irgendwas. Ja, hier ist bestimmt ein Geheimerschlüssel. Irgendwo. Warum schaffen die Creator ihre eigenen Level nicht? Das werde ich nie verstehen. Warum die das überhaupt hochladen. Ähm. Hier wäre ein Schlüssel. Aber warte, ich kann doch wieder zurück, oder? Äh. Spricht, glaube ich, nichts dagegen, dass ich einfach wieder zurückgehe mit dem Schlüssel. Äh. Ja, das machen wir. Das machen wir. Oder. Hm. Ja, doch. Es spricht an sich nichts dagegen. Wir nehmen sogar den Pilz mit, ja. Dann passt das eigentlich auch. Jetzt hier nicht dumm Stern. Und dann sollte das definitiv passen. Ja, hier werden wir wahrscheinlich getroffen. Jawohl. Aber das ist egal. Ich glaube, das war sogar der offizielle Weg. Aber irgendwo gibt es noch einen. Gibt es noch einen anderen Schlüssel. Deswegen. Nicht so gut das Level. Vor allem das war jetzt auch nicht so schwer. Also. Warum baut man sich. Warum baut man sich irgendein Death Item hin? Also bei einem wirklich super schweren Level kann ich es ja wenigstens noch nachvollziehen. Das war jetzt nicht super schwer. Viggler Sky Sanctuary. Okay. Oh, das. Macht's. Und das ist, glaube ich, ein schönes Level. Äh. Oh mein Gott. Okay. Nice. Ja, das Level gefällt mir. Bisher. Ja, das war meine Schuld. Der 57 Leben, das ist eigentlich auch stabil. Da kann man nicht meckern. Wobei ich mir vorstellen kann, dass die Leben noch irgendwann mal runtergehen. Es gibt doch einfach schlechte Spieler, ja. Und ich hab's nicht geliked. Aber ja gut, so krass war das Level jetzt auch nicht. Ich dachte tatsächlich, da kommt noch mehr. Ah ja. Die schlechten Spieler, die sorgen quasi dafür, dass... Dass es ein Expert einfacher Level gibt. Und Leute wie ich sorgen dafür, dass es ein Expert, äh... Dass... Dass es, äh... Dass die leichten Level da rausgefiltert werden. Und sogar auf normal kommen. Ja, ja, ja. Ich meine, mit den ganzen Clears, die ich hab... Kommen, denke ich mal, relativ viele Level auf normal. Zumindest für eine gewisse Zeit. Okay. Und die einfachen Expert Level, die werden dann quasi gefiltert. Durch mich. Es kommen allerdings auch wieder neue, schwierige Expert Level nach. Deswegen... Werden die Level an sich auch schwieriger. Bitte. Ah ja. Hm. Japaner? Okay. Hm. Was will der Japaner von mir? Okay. Bowser sollte ich nicht aktivieren. Definitiv nicht. Okay, ich kann hier runter, ne? Ich kann auch hier einfach mich reinbohren. Okay. Hab ich einen Cheese gefunden? Vielleicht. Ich nehm den Panzer nicht mit. Okay. Oh shit. Ich glaube, das sollte man eigentlich nicht tun. Perfekt. Ja, das ist definitiv Cheese. Ziel? Ne. Okay. Noch nicht. Äh, ich nehm die oberste. Oh, der Stern wär auch noch cool. Oh shit. Oh nein. Bin genau falsch. Oder ne? Okay. Oh, das ist gemein. Das ist gemein. Hab jetzt gedacht, okay, der markiert das Ziel. Aber hat er gar nicht. 20 Sekunden los geht eigentlich, klar. P-Switch-Sprünge sind ja zum Glück wesentlich einfacher als in Mario Maker 1. Ich könnte theoretisch auch P-Switches überspringen. Aber ich denke, ich bleib mal bei dem, bei der Geschwindigkeit. Lamsan könnte das Ziel aber mal kommen. Okay, perfekt. Nice. One-Shot. Leider kann ich drei Leben. Bowser's Trial. Okay. Hm, ich kann mir hier Leben farmen. Definitiv. Und ich denke, man kann das Level überspringen. Ja. Bei dem Weltrekord, definitiv. Hm. Das ist leider ein bisschen falsch. Oh Gott. Warte, ich, 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 ich ändere das. Äh, post wer mehr? Okay, warte, warte, warte. Müsste aber gehen. Yes. Okay, nice. So, die Frage ist jetzt, wo es zum Ziel geht. Hier oben. Okay, ich mach, ich mach einfach mal einen Sprung. Hahaha. Ah, wie geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Ach ja, was ich heute gar nicht erwähnt hab, ne. Gifted Subs sind, glaube ich, 25% billiger. Bis zum 2. Januar. Hab ich heute, hab ich heute noch gar nicht erwähnt, aber haben wir gerade so in den Kopf. Ähm. Okay. Was? Ja, schön, dass man nichts sieht. Okay. Ähm. Muss ich da wieder zurück? Ich glaube, ich muss da wieder zurück. Das, 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 das. Das ist ein komischer Start. Na gut, dann ducke ich mich halt. Und dann sollte mir eigentlich nichts passieren. Ja, und jetzt? Okay, jetzt hier so rein. Okay. Interessant. Ich geh nach oben. Gut. Während das Raumschiff hier zerstört wird. Von den Carmex. Äh. Das ist nicht gut mit dem Bum-Bum-Bum. Oh mein Gott. Okay, jetzt hab ich mein eigenes Raumschiff. So, wie lang geht das? 2 Minuten nach und 30. Oh. Den Pils hätte ich ganz gerne. Der lebt noch? Okay. so 70 Sekunden sind rum ich denke mal es kommt noch ein weiter Abschnitt und ich denke es ist trotzdem okay oder ja durch den kletten Hund ok nice ok passt ok wir kommen nicht an die Karmix run aber das ist glaube ich okay ja ich glaube das ist das Level oh ja unser Raumschiff darf nicht kaputt gehen das wäre blöd aber ich glaube selbst wenn da ein zwei Treffer reingehen wäre das nicht so dramatisch ok nice Schlüssel ok Schlüssel muss eigentlich da oben sein oh mein Gott äh also wie besäge ich den jetzt ich glaube das war ganz gut ich glaube der will dass man da einmal rausspringt bei jedem Treffer aber keine Ahnung ja ja ok 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 ich habe nicht mehr so viel Zeit doch eigentlich schon oh mein Gott please 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 ok komm es ist doch nur ein Kuperling das ist unangenehm wenn ich jetzt sterbe ist glaube ich kein Checkpoint ne das wäre richtig unangenehm oh mein Gott nein oh mein Gott ok oh die Kanone kommt halt immer im falschen Moment ok ok oh das ist so ein Schlüssel auch ne ok schnell weg schnell weg schnell weg oh mein Gott oh mein Gott ok ich glaube es gab kein Checkpoint ok es gibt drei Leben die Feuerblume hat aber ich habe habe ich eine Feuerblume gefunden ich glaube ich hatte nicht mal eine ok ähm kriegt das ein Like ich glaube es gab kein Checkpoint deswegen ja ich weiß nicht ist das glaube ich ein bisschen uncool gewesen hätte er da ein Checkpoint gemacht vor dem Boss und vor der oder nach der ersten Passage dann hätte ich das geliked so aber nicht ne weil man einwand stirbt dann muss man ja so viel wieder machen das ist äh schon krass ok ok nice das Level war bestimmt auch mal auf Super Expert bin ich mir fast sicher hm war ja keine Ahnung kommt jetzt drauf an was noch kommt ne oh ja ok ähm oh ja ich hoffe ich kann das noch so halbwegs yes ok nice perfekt ja cool und clear drei Leben passt quickfall sammeln mindestens elf Münzen und ja viele sind oft im Lurk dabei genau das weiß ich natürlich auch zu schützen ähm ok ich kann theoretisch hier an der Wand Wandsprünge machen ne ach du Heilige ich muss hier aber rein ähm ok das ist gemein das ist gemein ich hätte eigentlich oben bleiben sollen ok jetzt werde ich hier von den Käfern erschlagen oder was aber die müssten ja eigentlich genauso schnell fallen wie ich oh mein Gott ok oh mein Gott really ok ich komme durch warum ist dann Peace Witch ich dachte man braucht den Peace Witch oh mein Gott ist das Level schlecht ja und dann trifft mich der wieder ähm ich muss äh rechts bleiben alles klar Shiva ich wünsche dir eine gute Nacht schlaf gut und schöne Träume ja ne das Level gefällt mir überhaupt nicht ok jetzt müssen wir hier nur noch so geschmeidig durchkommen wie vorhin das war leider nicht gut äh ja man ich glaube hier ist kein Bumper ja ja und jetzt ist hier der Peace Witch ok das ist so gewollt ok ich hoffe das war's natürlich nicht oh mein Gott ok das muss es jetzt aber gewesen sein äh wir kriegen jetzt mal Leben noch oder fuck you oh mein Gott na ich krieg ein Leben hier und dann noch das dritte Leben so oh mein Gott ey meine Güte das war das war anstrengend aber ja erster Abschluss oh mein Gott das war ein sehr sehr anstrengendes Level und dann noch das war love bis does und dann noch richtig